Die Staatsanwaltschaft beurteilte ihn zu zweimal lebenslänglich durchgekitzelt. Wenn Sie Hinweise über den Mann haben, schicken Sie doch bitte diese an die angegebenen Twitter- und Facebook-Adressen in der Videobeschreibung. Düsseldorf. Kommendes Wochenende findet der Webvideopreis 2013 in Düsseldorf statt. Die Votingphase geht noch bis zum 23. Mai und unterstützen Sie uns, indem Sie den ersten Link in der Videobeschreibung quer durchs ganze Netz posten. Als Gewinn stehen zwei Videos pro Woche in den darauffolgenden vier Wochen an. Berlin. Zusammen mit Du hast die Macht organisierten zehn jungen YouTuber ein YouTuber-Treffen vor dem Bundestag, welches dann durch die sogenannten Berlin-Twins eskalierte. Das waren soweit die News. Mein Name ist Helga Schlag-Micht-Tot und was sonst noch an diesem Wochenende passiert ist, sehen Sie, wenn Sie dranbleiben bei Junisch. Wir sind hier im Ruhrabteil gelandet. Aber hauptsache erste Klasse. Wir haben uns gerade einen abgefroren bei uns unten im Ruhr-Port und hier sind sonnige 25 Grad. Die Sonne ist am Schein wie sonst was. Es ist so warm. Ich bin viel zu warm angesehen. Burn it, you diga. Es ist der Wahnsinn. Jetzt müssen wir nur noch unsere anderen Kompagnons finden. Die sind nämlich nicht in unserem Wagen gewesen, das heißt, die sind da ganz hinten irgendwo. Wie finden wir das? Wir finden das voll goig. Danke, du hast die Macht. Das war total nett von Ihnen. Yo, hallo, herzlich willkommen hier im Vlogtime, Vlogtime, YouTuber, YouTuber, hallo. Wir sind jetzt wieder alle vollzählige GoTrip und Holger und Falk und André und Tomatolix und der Knödel, aber den will keiner sehen, der Kai und der Sascha und ich. Wir haben gestern total viel gefeiert, wie ich mich so umwerfend aus halte. Oh Gott. Wie immer. Wie immer. YouTube-Konsular mag was. Kommerziell. Genau. Hi, ist das das neue Video von Yonich? Ich glaube schon, ihr solltet unbedingt einen Daumen hoch geben. Und... Yonich. 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 Aber Yonich ist viel süßer, oder? Ne, Yonich. So, hallo, schönen Tag. Wir sind hier bei dem Uferlap, ey. Wir müssen mal hier gucken, Uferlap, Uferlap. Guck mal hier, die YouTuber schon wieder. Alle am Film, diese Touris einfach. Ufer. Alle füllen den Monolog und halten eine Kamera auf sich drauf. Das ist so dumm, ey. Jetzt muss ein total bescheuertes Bild abgeben. Wir sind jetzt bei der Uferlap. Dann auf einmal eine Gruppe mit Leuten mit Kameras auf dich zuläuft, so. Und alle auf dich richten. Nichts wahr, Sascha? Ja. Genau. Ich hab Marte. Marte. Ach, guck mal, Ente. Ich fahre ein bisschen später an. Ach, Trigger ist auch hier. Trigger-TV. Ja, geil. Coole Scheiße. Hier Trigger-TV, das solltet euch im Begriff sein. Hier mit da rum zum Beispiel. Ach, guck mal, da fängt's ja schon wieder an, ne? Manipulation. Wo ist die Xbox? Ach, das ist vielleicht die... Ist das etwa die ominöse Xbox 360? So, ich bin jetzt bei Divimove gerandet. Ich hab die Tatsache mal geschafft, in Berlin zu Divimove zu kommen. Äh, wir besuchen hier mal so unser Netzwerk ein bisschen. Ich quatsch hier mit den Leuten. Ich freu mich total. Mr. Knödel ist ja auch an Bord. Hey, Prost. Ja. So, ihr kriegt jetzt nur noch schlechtes Bildmaterial von meiner wundervollen Handykamera, weil ich natürlich meinen Akku aufgeladen hab, aber dann so toll war, dass ich die nicht mitgenommen hab, weil den brauchen wir auch nicht. Nee, 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 nee. Äh, wir sind jetzt hier vorm Bundestag. Oh mein Gott. So, meine lieben Leute, wir sind jetzt hier. Tatsache im Bundestag, können wir dürfen spielen. Ja, Leute. Hallo. Du bist so Bayonis auf dem Kanal. Warte, ich bin jetzt gerade auf dem Kanal. Jetzt gerade live zu sehen. Das ist schrecklich. Ihr seht jetzt auf seiner Nase eine Verlinkung. Ich seh immer, dass meine Haare ordentlich sitzen heute. Das find ich super. Das find ich super. Bis zum letzten Grad zerzauselt, genauso wie sie sollen, oder? Ja, genau, genau, genau. Ich hab das wie der Tolga gemacht. Einfach mal in die Hände spucken und dann einfach durch. Ja, genau. So. Nein, ich hab dafür auch zwei Stunden gebraucht. Oder hat er dir dann von seinen Gurus so ein bisschen... Ja, der hat mir heute Tipps gegeben. Nein. Doch. Aber dann siehst du ja bald noch besser aus an deinen Videos. Ey, mein Gott. Also, danke Tolga, danke Tolga. Danke Tolga. Das war toll von dir. Aber wir werden uns jetzt den Vortrag anhören und dann sind wir voll gebildet und dann werden wir euch vielleicht sehen auf dem YouTuber treffen. Das wäre super. Das wäre super. Ich glaube, wir machen hier aber noch andere Sachen. Aber wir sehen uns gleich. So, wir sind hier auf dem YouTuber-Treffen. Ey, hallo, hallo, hallo. 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 Wir sind jetzt auf dem YouTuber-Treffen vor, am Bundestag hier. So. Toll, oder? Hallo, gibt's hier was zu gewinnen? Unfassbar schön. Das hier müssen jetzt alle wieder. Eigentlich im Plan war ja das Wurst. So, Leute. Wir sind jetzt auch schon wieder... Also, es ist Tag 3 mittlerweile. Wir haben schon Sonntag. Denn wir fahren jetzt in unseren geliebten Ruhrpott zurück. Frodo war noch da. Frodo parat. Und Vicky Freaky war noch da. Und ach, das war so ein geiler Abend. Also, ganz ehrlich, das war der Hammer. Nee, aber solche Leute wie zum Beispiel Sascha, wo ich mich unglaublich gefreut habe, den kennen zu lernen. Da wird vielleicht auch bald noch was kommen von uns beiden, weil wir gesagt haben, okay, alles klar. Gemeinsames Projekt wäre voll geil. Das ist jetzt, da nehme ich schon wieder, aber meine Aufnahmen. So, ähm, wir schmeißen jetzt die Ersten von Bord. Adios, amigos. Aber wir werden uns auf jeden Fall auf dem Du hast den Mach-Kanal wieder sehen. Oh, nee, ich muss hier raus. Tschüss. Tschüss. Ich glaube einfach so. Führung, ich muss den Versuchung machen. Ah, hier sind sie weg. So. Jetzt sind wir wieder da. Sascha ist schon daheim, hat er gerade gesagt. Die sind jetzt auch gleich daheim. Und das Schöne ist, dass wir die Gearschen sind, die noch zweieinhalb Stunden fahren. Hm, hängt zusammen. Das war mein Vlog über Berlin, über das Wochenende mit Du hast die Macht, mit dem wir viel gearbeitet haben am Wochenende. Aber genauso auch über das YouTuber-Treffen. Und ich freue mich sehr, dass ihr dann doch im Endeffekt so viele seid. Oder gewesen seid. Ich habe schon versucht, das Ding so weit zu kürzen, wie es ging, weil es war echt extrem viel Material. Und das war jetzt schon die Kurzfassung. Es wäre mir eine Freude, wenn ihr nochmal wirklich Gas geben würdet in Sachen Web-Videopreis. Denn es sind jetzt die letzten zwei Tage. Wenn das heute noch hochkommt, dann ist morgen noch hoffentlich die Voting-Phase. Und wäre cool, wenn wir das Ding vielleicht doch noch gewinnen würden. Ansonsten sehe ich euch ja vielleicht dann am Samstag oder am Freitag schon im Videocamp. Oder auf dem Fantreffen oder auf der Gala. Und ich freue mich auf das Wochenende. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.